Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 13. Juli Naemi sprach, der Mann gehört zu uns und ist unser Erbe. Ruth 2, Vers 20 Zwei arme Frauen, Naemi und ihre junge Schwiegertochter Ruth, sind in großer Not. Da tritt ein reicher Mann namens Boas in ihr Leben. Jetzt atmet Naemi auf. Der Mann ist unser. In der hebräischen Sprache, in der das Alte Testament geschrieben ist, steht hier das Wort unser Goel. Luther übersetzt Erbe. Aber Goel hat eine Bedeutung, die man eigentlich gar nicht übersetzen kann. Im Volk des alten Bundes gab es ein gutes Gesetz. Wenn jemand in solche Not kommt, dass er seinen Grundbesitz verliert oder dass er seine Freiheit verliert, dann soll der nächste Verwandte für ihn eintreten. Welch ein wunderbares Gesetz, das keinen allein ließ. Der nächste Verwandte sollte als Goel für ihn eintreten. So wird das Wort Goel auch der Erlöser übersetzt. Aber wir wollen hören, wie das Wort Goel hinausweist auf einen größeren Erlöser. Wir Menschen können einander viel helfen, aber alle Hilfe hat ihre Grenzen. Niemand kann uns beistehen gegen den Tod oder gegen die finstere Macht des Teufels. Ja, wer erlöst uns von uns selber? Und wer nimmt uns die Last alter Schuld ab? Das drückt die Bibel aus in dem erschütternden Satz kann doch einen Bruder niemand erlösen. Deshalb ist nun die frohe Botschaft, das Evangelium. Es ist einer gekommen, der als wirklicher Erlöser für uns eintritt. Jesus, der Sohn Gottes. Bei dem Herrn findet man Hilfe, rühmt die Bibel. Herr, unser wahrer Goel, wir freuen uns, dass du uns zugehörst. Amen. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.